Entfernung What the fuck, Alter Kannst du Süden irgendwo fliegen? Ihr wollt doch prüzen, oder? Oder prüzen? Ja, da musst du ein bisschen weit haben Können wir machen Oh, und prüzen Dann müssen wir, glaube ich, zwischendurch ab und zu mal aufmachen x5 x5 x6 x6 . x6 Ist nicht so weit genug? Ich glaube schon, aber mal sehen ich denke auf jeden fall gekommen bis hin ja ja das ist klar du kommst von überall hin ja perfekt wo geht wer hin? sieht auch immer aus hier kann man dann gehe ich hier in den ist halt ein Marsch der Welt hier dann Tower würde ich sagen ja warum mache ich überhaupt Ansagen? ich hasse es was? ich sage ich gehe in den östlichen Tower aber vom östlichen bin ich nicht doch ich bin im östlichen ja vom GK war das Osten aber naja ist ja gehört ich habe das andere Osten genommen das habe ich nun weisen nicht gehört weil glaube ich entweder ich oder Marvin gerade dabei geredet haben aber soll ich trösten in den Tower war eh nichts drin ich will jetzt nicht auf die Zone oh eine Zone geht ja sogar noch ich will diesmal ist echt Shitloot hier oben war ich schon aber ich habe Pistolen bekommen auch weißes Zeug halt ich habe Pistolen bekommen auch eine grüne Schottie immerhin Hammerbox Hammerboxen sind so wichtig oh natürlich kriege ich die fucking Rifle die keine Leiden kann so ich habe das Zeug liegen lassen ja es ist halt aktuell besser als nix höre ich glaube Distanz ok du schießt mir erst die Hälfte weil du kannst einfach nicht hitten außer so manch andere Spasten die kommen einfach auf die Distanz und die 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 missen keinen einzigen Schuss das Salve und die stehen dann so da so und die stehen dann so da so von 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 Heck guess I'll die ja so von von Heck hey ich habe eine grüne Schottflinte das einzige grüne was ich jetzt gefunden habe hier auch eine grüne Autoschrotze ja auf dem hier war noch gar keiner drauf na gut wow ein paar Granaten gefunden das habe ich auch gerade eine Burst Rifle falls die noch jemand haben will Burst du meinst die Wurst Rifle so ungefähr ja beide so shit roly fuck alter auf jeden Fall zu nem Gunfight kommen da kannst du noch mit messen komm ohne Witz oder mit der Spitzhacke meinst du naja ich würde nach Norden jetzt ein Stück weiter laufen mal in die Zone Richtung Zone gehen das war aber nicht Norden Ben ja hab ich auch gerade realisiert dass das nicht Norden ist das andere Norden ich höre da so lass mal Norden gehen ich guck so bin straight nach Westen hab ich ja das auch realisiert man hab dann direkt in den Augen gedreht oh hier war schon jemand rechts ist jemand in den Dingern da ist grad was kaputt gegangen rechts von uns ehrlich? ja der bei dem kaputten bei dem kaputten Ding wird grad was abgebaut ach so ich seh ihn ich seh ihn ich seh ihn ja ich seh ihn einfach direkt hin das sind aber doch mit den 4 scheißegal hin und der haben sich die Sicherheit das auch gesehen die bauen das ganze Gebäude ab gut geschossen ich stehe nicht lange nachs Rand was ist denn hier wow wo einer ist down down alle schroten die hatten dummerweise auch nix ich diese grüne Schrotflinte die fucking Revolver alter ich hab ne Assault Rifle ich will auch ne vernünftige mann das Leben ist scheiße ich hab nicht mal meine Assault Rifle genommen sondern nur meine Schrotflinte die lila Schrotflinte hab ich mir auch schon geschnappt in den besten Pistolen oder was ich hab keine lila Schrotflinte gehabt ich hab mir nur eine Gewäuver was der fuck ist das denn ich hab mir nur eine Gewäuver gekriegt ich hab nur eine zufällig Ammo für Revo äh ich hab 100 Schuss ja ich hab einen ich hab einen das Spiel verrascht mich grad ein bisschen ja und bist du? da wieso will das mein mein Bauding in den Boden bauen ist das behindert? yes mhm verschiedene Höhen halt ist halt so ja und die andere Höhe darf ich nicht bauen angeblich du soll zwei bauen oha wollte ich nicht haben wir zu doof oh du Haken hier noch ins Haus rein ob da noch was ist da oben ist noch eine goldene Kiste seh ich davon hier aus die Leute sind noch da ist noch Spieler das sind noch Leute ja what? ja der gibt Headshots richtig übel warte ich will nun dekorieren wo sind die? ich würd mich nochmal kurz heilen die sind unten drauf das war aber ein Antwerp oder? war das der gleiche? oder könnte der gleiche gewesen sein ja ich will die Sniper das war ne blauer Sword Rifle ja ja der hab ich mir verdient toll hast du nen Medkit bei dir? äh brauche ich ja ich hab aber keins wie kann ich ne Waffen losdroppen? Inventar aufmachen anlehnen da oben und dann X drücken weg mit dieser Juden Rifle alter holy shit hä? Inventar aufmachen? ach da oben X drücken willst du nicht haben oder was? du kannst auch Munition wegwerfen die wollte ich zwar eigentlich gar nicht wegwerfen aber scheiß drauf war willst du die jetzt wieder an? nein nein ich hab noch eine ich hab noch ne weiße davon so oh ich hab zwei Medkits noch was? ja Armebox okay was was sonst? würd sagen bis jetzt lies doch oder? so können wir noch in Nordosten ins Haus gehen Hauptsache ich mach da Teil auf was krieg ich alter schon wieder diese Schlippel Bastard Scheiße ja würd ich sagen genau hin Ich vermute mal, ich kam gerade sonst hier aus dem Nordwest-Bereich, der Stadt. Ja, ein Retail-Scheibe oder so, ja. Hey, kommst du zu uns? Wollte ich ein bisschen höher abzahlen? Wir müssen eh noch in die Richtung. Wenn du da rüber wollt. Ja. Wir müssen sowieso in die Richtung, guck mal auf die Map. Was ist das, ne Pistole? Ja, blaue Pistole. Meine, meine, meine. Ah, ich hab noch 26 Schuss in meiner Auge. Gulliets. Gullierten? Gulliierten. Gulliets. Gulliets. Kann ich dir oder Marvin droppen. Meins. Was? Keine, keine Box mehr. Die muss jetzt Snipern. Brauchst du was, Leute? Freier Schuss oder? Ja, ein bisschen und ich hab 26 Schuss. Hier kann ich nur einen Teil davon droppen. Ich hab übrigens auch noch Raketen. Äh, wenn ich Munition anwählst, dann wird er automatisch die Hälfte anwählen. Von den Schuss, die du übrig hast. Man kann auch den Slider anwählen. Ah. Bauer jetzt noch? Das ist eigentlich schon ganz gut gemacht. Brauchst du noch? Geht schon. Geht schon eigentlich. Brauch ich mal Raketen? Ich hab mir grad 25 gegeben. Brauchst du Raketen? Nein, ich hab Raketen zwei übrig. Ja, ich hab auch Raketen. Ich hab auch noch 4. Auch noch 4. Aber Rocket Launcher und Grenade Launcher sind halt einfach nur verdammt selten. Transformer. Verdammt langsam, ey. Wenn die Raketen nur halb so und doppelt so oft, also doppelt so schnell fliegen würden, Mega nice. Dann wären sie richtig OP, die Dinger. Weil die, die rotzen dich ja eine riesige Radius um. Ja. Du kannst froh sein, dass du den Scheiß überhaupt ein bisschen deutschen kannst. Ja. Ausdüchter wird erst im Nahkampf. Richtig. Schau dir das direkt auf die Füße. Dann machst du nichts gegen. So. Und ey, überliebt das. Uh. Das ist sogar ein Autoshotgun. Äh, Sniper. Fuck off! Ich find die einzelnen Sniper ein bisschen besser, weil die mehr Schaden machen, oder? Haben beide halt Vor-Nachteile. Die einzelne Sniper ist halt so lang so Schussrate. Wenn du verfehlst, dann würdest du das erstmal... Ja, richtig. Ja, dafür machst du aber halt auf dem Körper irgendwie 120 Schaden oder... Äh, 120 Schaden. Ja, klar. 120 Schuss ist ja schon hart mies, Alter. Mit ner Sniper. Da würd ich doch noch mit der Schrotze drauf schießen. Ich hatte grad 30 Schuss mit der Sniper. Kannste halt nicht verballern bei der Nachladegeschwindigkeit. Weiß noch was blaues? Wieder hin. Ah, ist hier nur ne blaue Pistole, oder? Ja, besser als die, die ich hab. Das ist ne blaues Zippmaschinengun, die ist gut. Wenn ich mal hochkommen würde, Alter, ey. Das häng ich wieder in irgendeine Scheiße fest, Mann. Ja, vorne. Ja. Die braucht einfach hoch. So, noch hochgehen eben? So, auch eben. Wenn hier noch blau liegt, müsste hier eigentlich noch was... noch Zeug drin sein, oder? Aber wir brauchen nicht alle hochgehen, oder? Ja. Hier oben kann man wenigstens gut spotten. Ich hör nix, aber ich sehe nur ne Ammo Chests. Ah, nur ich hör nur ne Wache. Ammo Chests. Ammo Chests kannst du gar nicht hören. Man kann Ammo Chests hören? Ja, Ammo Chests. Wie hört man die denn? Bei allen. Ich kenn nur die goldenen, die kann man hören. Kommt mir das nur so vor. Ich weiß nicht, immer wenn ich irgendwo daneben bin, wo Loot ist, hast du zumindest so ein komisches... Ja, das ist bei der goldenen, aber bei den grünen... Wie so ein Brummen. ...ding doch nicht. Eher so ein Glitzern, oder? Das ist ja, wenn du die goldene hast, ja. Ja, ja, deswegen. Aber bei den grünen Kisten nicht, oder? Die musst du einfach knacken. Ja, das ist Floody's Hacks, Alter. Oh fuck, oh fuck, ich muss hier runter. Oh ne, oh ne, oh ne. Einzel Floody fängt an zum Brummen. Naja, Floody fängt an zum Brummen. Das macht's auch immer, wenn der durch den Supermarkt geht und in der Wodkaabteilung ist. Noch mehr Raketen, yay. Hier war anscheinend noch keiner. Da ist ja auch ein scheiß Lutgebiet hier. Mike ist ein Swagget. Wollen wir noch am Strand, äh, am Rand lang gehen irgendwie? Ich hab hier jetzt ne grüne, ähm, Pistol liegen lassen. Noch so'n Spruch und ich deklariere dich als Leon Schweiß. Halt. Das ist sogar völlig okay, Leon. Preis geht gar nicht so. Also fick dich. Ist da noch Platz frei gleich, oder ist das einfach frei? Nee, wir haben noch nen Platz. Ist eben Westen? Langlaufen? Moment. Ich muss doch noch looten. Bestraum. Endlich. Endlich Internet. Ich bin beschuldig. Moment, Westen? Ich doch. Nein, das ist mal mehr langlaufen. Bei dir aus Nordwesten. Na, hab ich mir schon gedacht. Auf dem Berg hier vor mir wahrscheinlich drauf. Ja, nicht ganz oben, das war noch nicht so weit. Ich glaub ich kann mal eben hier hochbauen. Ja, ich komm auch. Warum? Das ist ja eh nicht drin. Ja, von da oben kann man spotten. Ja, und gespottet werden. Außerdem ist das noch dick in der Zone. Ist es nicht. Das nicht mehr, ne? Da haben wir irgendwie geschossen im Nordwesten. Da sind Explosionen und sowas. Vor mir ist ja einer. Wo ist er? Direkt hier im Haus vor mir. Weil ich grad weg spreng. Ich höre, dass da einer drin ist? Ja. Ist er hauen oder nicht? Ne, ist er nicht. Dankeschön. Ich hab diesmal keinen Rocket Launcher, ne? Guck mal auf. 345 steht ein Gebäude auf dem Dach. Ja, ja, lande. Ein Gebäude auf dem Dach. Ja, ein Gebäude auf dem Berg. Halt dein Maul. Ficken sie sich. Hier ist noch AR-Armor, falls jemand braucht. Ich hab genug. Alles aufsaugen. Ist schon alles aufgesaugt worden. Ficken sie sich. Ficken sie sich. Hier sind wir drin. Ja, wir spielen gerade Fortnite. Ah, okay. Ich würde weiter am Rand bleiben. Woher, was meint ihr? Du meinst, ein Macher? Ja, hätte ich jetzt auch gesucht. Ja, ein Macher, ja. Ah, der wollte aber noch looten. Ein Notfall. Kann man eben nach hinten gucken? Wie das wieder von ihm in der Batfrog sind. Können wir uns eigentlich runter bauen? Ne, du kommst nicht runter. Da ist einer, da läuft einer. Ne, doch. Nordwest. Denk mal dran, dass das... Auf dem Deck. Das ist normalerweise mehr Leute. Okay. Normalerweise mehr Leute sind. Ich hab nichts gesagt. Das war ein Einzler. Ah, ich hab einfach den Baum weggeschossen. Bloody Rotz. Den Helfer oben. Ja, darauf hab ich gerade gewartet. Ähm, 345. Ganz rechts ist einer. Der hat gerade gepeat. Da ist wieder mal ein Airdrop im Baum. Ey, das müssen sie noch fixen, dass die Airdrops nicht im Baum hängen bleiben. Also muss ich hochbauen, ne? Ja, oder den Baum abbauen. Also in den Bäumen war hier irgendwer noch. Der hat vorhin gekämpft da drin. Jetzt bauen wir mal eine Falle hin, ne? Abnehm ich ein paar. Stimmt, werde ich eigentlich auch. Da ist was. Andere Seite des Wald. Westen. Ich würde den Baum gerne abbauen eigentlich. Ich könnte einen Nathan schmeißen. Er ist beschossen. Oh, beschossen. Nordwesten? Ja. Das ist aber Südwesten auch. Südwesten ist nämlich eine Ningens gebaut. Eins haben wir angeschossen. Eins haben wir angeschossen. Ich dachte, wir schießen jetzt kaputt, Jungs. Im Westen war noch jemand. Ich hab grad noch gesagt. Ja, ich dachte, wir fokussieren uns jetzt auf einen. Auf einen Team, machen das weg und dann können wir das andere machen. Eie, eie, follow. Die bauen sich jetzt gerade hoch aufm Berg über euch. Die kommen zu euch im Berg hoch. Holy shit, was haben die hier gebaut? Ach ne, das ist eine Steckung für mich. Ja, die laufen im Berg hoch. Die sind auf halber Höhe vom Berg jetzt. Ungefähr. Sehr schön. Einen ausgelöscht. Oh, einer ist tot. Oh, einer hatte wie nen legendäres Sniper. Die Beine tot unten der Ecke? Da war nur einer eben. Das ist ein anderer Typ gewesen. Wahrscheinlich der Solo-Typ, der grad gepiekt hat bei mir. Ich hab nur noch drei Schuss. Wovon? Dort. Hm? Komm jetzt wieder drauf. Ja, noch drei gegen... Was? Im Wald, war jemand. Ja, hab einen grad sprinten sehen. An dem Baum, 195, 210. Ihr seid grad noch in der Zone, krass. Einen hielt. Einer gekillt. Einer down. Ja. Aber der ist nur ausgenockt. Ich spray den Baum runter. Hinter euch, oder? Ach ne, du musst nicht. Pistol time. Einer gekillt, da ist aber noch einer. Müsst er runter. Oh fuck. Ich hab keine Ammo mehr, oder? Ihr müsst doch gar nicht runter, theoretisch. Aber da ist einer aufs Südosten, äh von euch vielleicht genau südlich. Hinterm Berg. Ja, ja, den haben wir ja gesehen. Ich muss mich eben hochheilen. Ich bin runtergefallen. Ich hab jetzt eben dieses... Dieses scheiß Ding hier. Chairs all drauf. Ja, ich steh schon daneben, aber ich kann da nix looten. Einer ist doch noch über mir, aber ne? Ein Airdrop. Oh lol, der kommt nicht runter. Ne, ich sag ja, du musst dich hochbauen. Wenn der einmal steht, steht er. Immer noch nicht gefixt. Ich geh zu Vladdy rüber. Die müssen gleich nämlich über den Berg rüber kommen. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn am Berg. Ich seh ihn am Berger. Oh genau. Aber die müssen zu uns kommen. Direkt südlich rüber. Ich geh nicht von dir hinter dem Berg, hinter dem nächsten Berg. Noch wer? Assort Rifle Armour. Ganz klein bisschen wenigstens. Gar nix mehr. Moment. Assort Rifle Armour. Okay, ist auch ein Schild, okay. Was ist denn das? Das mittlere Patron? Ja, die drei. Hier. Okay. Ja, vielleicht einmal verziehen. Das reicht. Sind die Ficker. Das ist gerade echt gekocht, oder? Nein. Ich dachte schon. Die könnten hier, 165 ist noch Deckung. Metalldeckung. Da könnten sie sein. Hm. Ich seh ihn am Laufen. Das sind zwei. Na denk dran. Einmal gehitet. Nochmal gehitet. Der ist fast down. Einer tot. Noch ein einzelner. Komm wieder zurück. Irgendwo muss noch ein einzelner rum. Fucken. Guck nach Süden. Berg, 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 da wo wir kamen. Oh, nice. Wir haben eine Runde gewonnen, ey. Okay. Ah. Ich muss grad sagen. Ich guck so zurück. Alter, der Bastard. Der sneaks sich da langsam runter. Ich seh nur seinen Kopf an diesen Dings. Hat er gut gemacht. Der hätte uns fast gekriegt mit. So. Muss niemand.